Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Dark Souls Remastered Und wir gehen jetzt immer weiter bei den Cancer-Com Na, das hab ich verdient So Wie drehe ich das jetzt? Wie hab ich das gedreht? Hä? Hä? Letzte Episode Also ich hab's irgendwie in der letzten Episode gedreht, ne? Also einer wie? Hm Lol Das war close Okay I mean Dreh das mal bitte irgendwie Lol, ist das Echo? Krass, das ist cool gemacht, I guess Äh Okay Gibt's hier vielleicht noch einen Weg? Nein, hier anscheinend nicht Ah, lol, okay Oh, hi, Patches Let's get up Oh, wait But when I came here I didn't touch any levers No, not me Very peculiar, isn't it? Hey, hey, hey Don't look at me like that I'm Trusty Patch Everything's good with us, eh? We'll be wonderful friends Okay Achso, der hat das gemacht, I guess Hä, aber das war voll nett Okay Solange er es jetzt nicht nochmal macht I guess Okay Gucken wir mal, ne? Oh, hier ist kein Boss Was an Überraschung What the freak Die krassen Kämpfe gehen wieder los, Leute Zack Ja, und das Ganze jetzt nochmal Nochmal Ja, moin Nochmal 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 Oh, hey Hey Okay, kein Bock mehr Was soll das? Ja Hi Okay Okay, okay, okay Okay, 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 okay Uff Give me that Das war so close Ach cool, hier ist nicht mehr die richtige Seite oder was Ja, weil das jetzt auch hier Oh lol, die kommen hier hoch oder was? Jetzt gibt's die spannenden Kämpfe auch hier oben, Leute Hä? Wie? Alter, als ob die Bogenschützen auch wieder kommen Ich geh da jetzt runter, Leute, gar keinen Bock mehr Ja, genau, und die kann viel schneller aufstehen als ich Okay Gucken wir mal, was macht denn diese Sians Oh no, Sians Okay Ah, ja So, I mean, ich kann auch da noch rüberspringen, oder? So, der krasse Geheimschatz, ne? Mein Schatz Nice gemacht, Bro Okay Alright Alright, alright, alright Hier kommt doch bestimmt gleich irgendwas Habt gar keinen Bock Was passiert eigentlich hinter mir? Rollt da einer? Oh 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 I was about to say Okay Okay Gegen sowas haben wir schon gespielt Und gewonnen Ja Okay, ich glaub in den Sarg müssen wir uns reinlegen Yeah Ich glaub immer noch, dass ich komplett falsch bin Und wir uns hier eigentlich noch gar nicht hinmüsse Ich fühl mich so underlevelt So Liegt mal nur die Rüstung Alle toxic Ja Das seems so balanced Leute Lass mich geraten Der rollt auch noch weiter Leute Okay Erstmal Seelen Gunn Ja Das ist erstmal das Wichtigste Okay Ich leg mich in den Sarg Tschüss Oh Gemütlich Wie lange muss ich warten Ich hab Zeit Über euer Tag so Heute ist der 30. Juni Gucken wir die Folge raus Ich muss bestimmt Hine machen Let's Play geht locker bis Also Halt bis Elen Ring Kommt Wird halt Krass Weil ich ja noch Dark Souls 2 bringen will Schauen wir mal Ne Okay, das dauert echt mega lange Lass mich geraten Muss man so eine Minute warten Oder Wie lange Ist noch Zeit Okay Amin Meine Geduld ist groß Ich hab sehr viel Geduld Warten wir noch so ein Minütchen Äh Ja Cool Ist so ein bisschen ein Zeichen Das ich glaube ich nicht hier sein sollte Wenn hier halt nix passiert Es geht ab da Bro Ich verlass den Sack mal besser I guess Obwohl Content Ja okay Komm Ich bezweifle Dass man so lange warten soll Ich lauf dran vorbei Aber wo soll ich denn dann noch lachen können Also wir haben Halt dieses Drachending Oh ja 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 ich kann mal hier unten auch dann gucken Ich hör mir nur kurz einen Ring Ja hier ist Obwohl ich weiß nicht mal ob da ein Ring ist Aber bis jetzt waren immer solche Items Irgendwelche Ringe Und dann kann ich mal Äh Diesen komischen Weg da gehen Hm Sonst ist hier aber auch nix Ne Oh doch da Kann ich auch noch lang Dann geh ich da auch noch mal lang Nice Auge des Todes Okay Besser so als die jetzt die ganze Zeit verfolgt werden Ich sehe das Auge des Todes So was wie der Ring der Opferung Oh nein Das ist es nicht Äh Lok Phantoma aus anderen Welten an Okay Gar kein Bock Dann gehen wir jetzt noch mal kurz Den Einweg da in der Lücke Und dann so Das kann ein Problem sein Okay So So Hier ist noch ein Weg Oh cool Und ich kletter mal runter Oh nice Ah Sind wir hier wieder an solchen Stellen Damn son Die kommen bestimmt gleich wieder Richtig cool Yep Uh Finder Hab ich gehört Uh Mein ich ein Item Wird jetzt nicht Dass es da weiter ging Okay Dann machen wir noch den komischen Weg Nice Und wann schaue ich mir den Guide an Also dadurch dass ich halt noch gar keinen Boss jetzt mehr hatte Hi Man kann ich auch mal eine Sekunde ohne diese scheiß Skelette hier irgendwie verbringen Die dann sowieso immer wieder kommen Was halt unnormal abfuckt Geht es da weiter runter Geht es da weiter runter Ich guck mal Okay da ist was rotes Grüne Scherbe Geht es noch weiter runter That looks kinda dangerous to me Aber da sieht Okay Oh Hallo Hallo Oh 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 Ich bin Mining für Diamonds, Diamonds. Was? Du spielst meinen Fokus. What? Ich dachte, das sei jetzt ein Boss. Was ist das denn? Ich habe ein paar Smitten, dann produzierst du mir ein paar Wäsche. Okay. Oh! Yes. Was? Was ist von mir? Was ist das denn? Ich bin hier für Smitten. Ich möchte Chit Chat. Okay. Ey, Bonfire. Cool. Ich denke immer noch, dass ich hier komplett falsch bin, ne? Aber hey, Moment. Ich... 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 Ich kann nicht teleportieren. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Jetzt mal ohne Spaß. Ah, ich habe einen Heimalknuchel. Kann ich ja kaufen. Ja. Ja. Wait, kann man sich softlocken? Bestimmt. Okay, was heißt softlocken? Im schlimmsten Fall, herrst du mit der Hand zu, aber ich kann zum Beispiel alle meine Sachen jetzt verkaufen und alle Heimatknochen verschwenden. Oder halt wegwerfen. Keine Seelen haben. Und, ähm, dann einfach, oh no. Oh, lol. Ich weiß, wer das ist. Ha, 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 ha. Da bin ich ja mal gespannt. Oh no. Angeblich der einfachste Bus, den es hier gegeben hat, aber... Pff. Ich hab keine Ahnung, wie der geht. Okay. Kann ich den backstabben? Das wär cool. Okay. Was ist, wenn ich einer von denen angreife? Okay, cool. Oh, hi. Nein. Nein. Durch die Kunze sind voll ganz so... What, 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 oh, was ist das? Maske des Sprösslings. Oh nein, ich wollte Giant Dad werden. Hä, das was? Boss-Fraggezeichen? Hä? Hä? Wenn man einfach so vergleicht, wie stark jetzt halt angeblich, äh, also diese Skelette und so waren und jetzt einfach das. Einfach mega der Joke, what the frick. Okay, das ist das dueste Angst. Ich hätte gerne Bonfire, ne? Okay, ja, ist nix. Okay. Oh, jetzt hatte ich auch noch... Oh no, time to throw, Pogchamp. Meine ganzen Seelen. Oh no. Nein, warum springe ich? Ja, genau, Mann. Ripp meine 15.000 Seelen. Mmh. Also, Moment, ich finde ich guck keine Rüstung an. Nix. 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 Guck mal, weil das halt absolut nicht normal sich anfühlt. Na, dann light roll ich lieber. Ich hätte den halber Knochen verwenden sollen, ey. Na, als ob die Dark Souls 1, Dark Souls 2 und Bloodborne gebraucht haben, um zu checken, dass springen mit zweimal BPP, guys. Nix. Oh, funny. Oh, funny. Hier muss man so laufen. Guck mal, sonst fällst du runter. Ja, man sieht halt gar nix. Cool. Hä? Hä? Ja, nice, bro. Oh, man sieht halt nix. Wollt ich jetzt hier rüber? I guess hier lang. Habe ich vielleicht ne Fackel? Hi. Hi. Good day. Good day. You look reasonably same. What are you doing in the cataclyph? Yes. Well, here is a stash of tris. I found it. I own it for good. Okay. Thousand Seelen. Oh, no. It's Patches with a wheelchair. Uh, steel chair. Haha. 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 You're worse than maggot. You must be loaded. I'll strip your corpse clean. Haha. 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 Meine Punkte. Meine Punkte. Mein. Okay. Meine Punkte. Meine. Algunsch really. 20. Sehr geil. psychiatric vaccine. Verfäß medicin. Gehen wir hin. Ein bisschen. Licht. And I guess. Obviously. Ich dachte gerade. Der ist noch meiner Pinwheel. Das war's, oder was? Das war die große Falle, hab ich gehört. Also, das klang so wie so ein Playstation-Sound. So, kann ich hier runter, oder sterbe ich dann wieder mal? I guess. Woohoo! How did you... You're not gonna be able to survive that. How did you... You weren't supposed to survive that. Once and for all Are you sure about that Yeah, backstab is kind of OP I guess Oha Oh shit, must damage Oh Er ist halt ein bisschen dumm Hä, man kann nicht reposten, wenn einer Guard broken ist? Oh mein Gott, Alter Ich poste dann gleich richtig durch Ist natürlich nice, wenn du überhaupt gar nichts siehst So Spannendste PvP-Kämpfe, Leute, Alter Achso, ich sollte mal meine Seelen aufheben Oh, jetzt machst du mir richtig Damage Oh, macht der echt schli Das war so close gerade Holy shit Also ich muss sagen Darksholz 3 lässt Darksholz 1 Echt alt aussehen Aber richtig Einfach durchsaufen Und zack Bisschen Respekt-Teachin hier Das war's Oh Hallo Bist du gut? Oder Bist du ein NPC? Ja, du bist Lol So Wenn er gäst hier lang Oh, hi Dann würde ich sagen Machen wir da nächste Episode weiter Bis dann, Leute Wenn es euch gefallen hat Lasset ihr eine positive Bewertung da Und wir sehen uns in der nächsten Episode Bis dann Ciao